Hallo Leute, herzlich willkommen in meinem Video. Heute spielen wir eine Runde Need for Speed, Most Wanted und wie viel wir wieder Trophäen sammeln, wie immer. Ich bin ein Trophäensammler immer. Auf jeden, zwei. Ja, ich kenne es. Ich habe das hier Phänomen gesehen. Hallo? Bei 109? So weit war ich gar nicht in den letzten Fällen. Oder habe ich so weit gespielt? Was? Ich weiß es nicht. Was? Ich weiß es nicht. Most Wanted waren. Kommt ihr? So, Leute, geht's nicht. ? Vielen Dank. Nein, Mann. Genau, das ist ein Dumm zum Zahn. 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 stelle mitgenommen aber lieber nicht weil ja lol was für ein bug alter ich habe immer diese momente so ein richtiger geiler fehler ist du alter sack boah alter wenn man was zu mir kommt kam es fakt wirklich boah hallo spiel du ficker mann mann hennessey bitte scheiß hennessey alter warum versagst du aber auch nur 7,7 kilometer habe ich noch haha lecker na ha gott aber schild nicht mitgenommen lol Oh! Jetzt, jetzt! Warte! Warte! Was wollte ich besieger? Ich quäse ihn für seine Wahl! Schade! Ein Muster? Oh, super! Oh! Gut geblockt, Pullis! Ha! How does he take down? Pfff! Alter! Danke, Pullis! Jetzt zahlt er mir nur noch ab. Aber ich hau das mal ab. Fuck! Machst du den? Hm? Hä? Dann mach ich ihn aus. Dann mach ich ihn aus. Dann mach ich ihn aus. Was hab ich gesagt dir? Komm ich dir? Okay! Vielen Dank.